Warum ich gerne Kriminalpolizist bin? Weil wir den Feld intensiv auf den Grund gehen und dabei Hand in Hand zusammenarbeiten. Das ist ab jetzt euer Fall. In meinem Job musst du wissen, wo man Beweismittel sucht, wie man sie findet und welche Schlüsse du daraus ziehst. Waffe! Sei dir im Klaren darüber, dass der Job nicht so ist, wie er im Fernsehen oft dargestellt wird. Hi, wir bringen die Asservate. Dankeschön, tschüss, tschau. Tschüss. Wir analysieren und dokumentieren viel, um den Täter zu ermitteln. Ja, danke. Auch im Einsatz sind Draufgänger fehl am Platz. Hier zählen Teamwork sowie genauestes und fokussiertes Vorgehen. Täter geht ins Gebäude. Bei der Polizei bist du beinahe täglich mit menschlichen Schicksalen und Abgründen konfrontiert. Gut, zwei, zwei, zwei. Deshalb musst du auch schwierige Situationen schnell und sicher beurteilen. Gute Arbeit. Um mit Tätern und Opfern richtig umgehen zu können. Das ist er, ne? Und vor allem musst du dein Adrenalin unter Kontrolle halten. Eine Person wird benutzt. Wenn ein Zugriff erfolgreich verläuft, dann ist das einfach ein tolles Gefühl. Dann wird dir bewusst, wie wichtig und sinnvoll deine Arbeit ist. Und wie vielseitig. Denn du musst dich immer wieder in das Verhalten anderer hineinversetzen. Ich bin echt stolz, Teil dieses Teams zu sein. Wenn auch du bereit bist für einen anspruchsvollen und abwechslungsreichen Beruf, dann ergreifst du jetzt die Chance auf einen Direkteinstieg für ein Kriminalpolizeistudium bei der Polizei Hessen.